Zweck! Willkommen zur Ice Bucket Challenge der Berliner Woche. Uns ist die ALS-Forschung natürlich ein Anliegen. Und deswegen folgen wir der Herausforderung unserer Kollegen bei der BZ in Wien. Und wir haben optimale äußere Bedingungen. Es ist 15 Grad Luft, 5 Grad Wasser. Und wir fordern unsere Kollegen beim Druckhaus Spandau, bei Hauptstadt Sport TV und bei der Berliner Morgenpost auf, es uns gleich zu tun. Einmal hebt an. Eins, zwei, drei! Wieder grüßen auch nicht.